mal gucken wir mal wieder wo wir wieder sind das fiese an dieser mission ist die gegner die dann gleich kommen sind nicht von anfang an nein 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 bitte nicht nein die gegner sind nicht von anfang an da sondern die spawnen erst nachdem er rausgekommen ist so hoffen wir das beste und jetzt flieht er wieder mit seinem scheiß gepanzerten ding ich kann mit dem ding halt nicht zielen weil ich fadenkreuz deaktiviert habe und die wird nicht ewig aushalten das hat nie wo ich hinschießen so hier treffer hat es gereicht ja es hat gereicht gut jetzt muss ich mir noch die anderen da abschütteln schießt doch wenn ich habe mich die eben zu tode ich brauche verstärkung ist er wieder ein fahrzeug drin scheiße ist wieder ein fahrzeug drin nein es flieht der 1000 meter darf er wechseln oder auch nicht fuck natürlich und ein konvoi kacke ich hasse diese mission mission ich hasse es ich hasse es hasse 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 nicht gesehen an bestimmten posituren positur was heißt denn positur ich habe das Wort noch nie gehört hey google was heißt positur 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 bewusst eingenommene stellung haltung des körpers aha okay ich habe so das dumpfe gefühl der steht scheiße da oder ja geht eigentlich ich habe ne idee ich versuche mal mit der hti seinen truck zu zerstören bevor er überhaupt reinkommt da ist er so gut der ist kaputt aber seht ihr zum beispiel hier stand eben ein gegner hier ist noch keiner ich kann es euch mal so beweisen ich habe die rebellen gebeten die gegend aufzuklären das hier ist general baro wer flieht da das ist ein santaplanker fuzzi doch nicht das war ein civilist war ja gut dass ich ihn nicht getroffen habe ich höre einen heli aber ich sehe ihn nicht da was macht der denn hier für sehe ich ihn gar nicht mehr ach der ist bei dem konvoi na gut dann versuche ich mal mein bestes so ich mal den heli dahin zu kriegen wo er hin soll vielleicht sollte ich das ding auch noch zerstören hat es gereicht ja das ist baro ne ja hallo baro das waren gute männer ich habe gar keinen getötet scheiße jetzt kriege ich den nicht hier rein nicht weglaufen ich muss den heli umparken schreif schreif es ist Was heißt das? Heißt das, kooperiere und alles wird gut? Sowas in der Art? Wir können raus. Plötzlich sind Gegner da, wie gesagt. Ich nehme die Penner unter Feuer. Das war fast schon exploited, wenn ich von dem Exploit vorher gewusst hätte. So, und gesichert. Ich war in La Paz, um mit dem Präsidenten zu reden, als meine Tochter anrief. Ich weiß schon lange... Bla bla. Bla bla. Was du nicht alles weißt, Baro-Line. Wisst ihr, wie groß ein Schritt von General Baro ist? Ein Barometer. Heli erledigt. Heli erledigt. Aufpassen. Auf den Hof. Hubschrauber. Heli ist zerstört. Ist das noch einer? Schande, dass es dafür keine Erfahrungspunkte gibt. Kennt ihr schon meinen Freund, den Granatenwerfer? Granatenwerfer? Hm. Wie war ich das hier denn weg? Oh, ein Heli. Schon wieder. Oh, ein Fahrzeug. Oh, fuck. Eigentlich will ich doch nur, dass das alles vorbei ist. Ich will doch bloß die nächste Mission machen. So, haben wir hier noch mal irgendwas? Nein, haben wir nicht. So, haben wir hier was? Jo, Operation Erzengel. Die mache ich aber nicht. Die ist mir zu lang. Ähm. Der Referneriechef. Eigentlich, ich kann... Hier sind alle... Okay, dann mache ich die hier. Da sind alle... Das ist alles 3 7er. Versuchen Sie da mal was rauszufinden. Übrigens, ich gebe euch einen Tipp. Fahrt im Ghost-Modus, nicht Motorrad. Also im... In dem Permadeath-Modus. So. Gut. Unilat weg. So. Perfetto. Die Missionen sind noch alle relativ einfach. Nur eine ist ein bisschen nervig lang. Und zwar... Heißt sie, glaube ich, das Flugfeld. Weil man halt... Sechs Kilometer noch fliegen muss. Und alles über drei Kilometer. Normalerweise... Teleportiere ich mich. Aber das geht in der Mission ja nicht. So. Hey, alles grün. Jo. Absolut grün. Ich mach das. Ich fliege. Die Mission ist sehr einfach. Weil man weiß... Ja, los! Und ich weiß es. Denn ich hab's ja schon. Keine Ahnung. 20 Mal gemacht oder so. Wahrscheinlich öfters. Die Salzwüste. Die es übrigens wirklich gibt. Aber gut. Ich mein, die Map, die ist ja... Äh... Es ist ja Bolivien. Ich find's hier einfach wunderschön. So generell. Nicht jetzt unbedingt hier in der Wüste und so. Aber... Ja. Flachwitzmeister. Bleibt in Deckung. Wir wollen kein großes Aufsehen erregen, bis wir was finden. So. Einmal Heli parken. Einmal... Sniper ausschalten. Warte. Zeichen von Kartellaktivität voraus. Was? Ich hab den nicht getroffen? Wir suchen das Oberarschloch und sehen, was er uns sagt. Nein! Sieht aus wie der Mann, den wir suchen. Denk dran, wir brauchen ihn lebend. Flüchtet er schon? Glaubst du Rita hat damit zu tun? Ja, sieht so aus, als würde er schon flüchten. Was wird aus den Guten? Wenn wir warten waren, aber sie haben keine Priorität. Und jetzt dürfen die Rebellen ran. Ich schieß mal noch einen Mörser da rein. Hab die Rebellen um indirektes Feuer gebeten. Dann warten wir. Ein Boss. Nein! Hört auf auf den zu schießen! Okay, geh bei mich. Lass mich? Das ist mir schon so oft passiert, dass meine eigenen Kameraden den hier erschossen haben. Oder die Rebellen gerade vorbeikamen und gerade einfach mit der Minigun niedergemetzelt haben. Du könntest du kotzen bei sowas. Wenn eine Mission wegen der KI scheitert. Wegen der KI, die auf meiner Seite ist vor allem. Wie eben, als meines entdeckt wurde. Lass dir nicht das Hirn weg. Arguanta, Arguanta! Ich weiß nicht, wo er ist, okay? Reet macht alles über Mittelsmänner. Was ist mit diesen Leuten? Wo kommen die her? Reet holt sie aus fünf oder sechs Dörfern. Orte an denen Leute verschwinden, ohne dass jemand Fragen stellt. Así de simple. Und das Kartell? Sind die beteiligt? Nono. Wir behalten alles für uns. Das würde El Posolero schicken, wenn er das wüsste. Ich will eine Liste dieser Dörfer. Sofort. Danke, Is. Okay. Ja, meinetwegen. Aber die haben sie nicht von mir. Na klar. So. Das war das. Flugplan. Da fliegt man von hier nach irgendwo da. Aber... Das mache ich jetzt aber nicht. Suchen Sie die Geräte. Dabei kann ich von der Position aus hier... Boston Reed machen. Das wäre hier. Wahrscheinlich zu nah dran, oder? Ja. Der Konvoi, der ist da oben. Gut, dann bleiben wir beim Leichenbestatter. Die ist noch nicht so schwer. Sehr einfach sogar, wenn man... Das Gebiet zuerst... Wenn man das Gebiet zuerst... Ähm... Habe ich zufällig geschafft? Nee. Wenn das Gebiet zuerst von Feinden säubert... Bevor man... Den... Carlos Guerrero... 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 Verfolgt. Sie hatten Recht mit Reed. Dieses Arschloch betreibt Menschenhandel direkt... Natürlich macht sich... Bei Santa Planka jemand damit die Finger schmutzig. Ich fühle mich wie ein Arschloch. Was ist mit dem Netz für Kokain Schmuggel? Das kommt nachher, wo man Reed getötet hat. Sie sind beteiligt. Mit etwas Glück schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Verstanden. Normaltende. Oh fuck, da ist ein Flugabwehrturm. Sollte tiefer fliegen. Willkommen. Ich rufe den Wagen mit dem